Hakuna, bon hallo muchacho, sind es zu polieren und spätestens am Start seit Rainbow Six Siege, es ist wieder Zeit für ein recht geiles, saftiges Raid Game und zwar auf Villa, zusammen mit Mabossa und Nuggie, hello, moin, herzlich willkommen. Aviator, ich meine Oldschool Puls oder wie, Mute meine ich. Eine wunderschöne Hakuna. Oder, äh, okay. Okay, ey, ich mach lieber nicht, Pumcon, das wird nun wieder nix von mir. Pumcon, through rotation, ist egal. Ghostbusters! So, ich werde wieder meinen Silber-Nive-Spot versuchen. Willst du da irgendwo ein Mozzie-Gerät haben, falls die dich drauen? Ja, ne, wäre doch gar nicht so schlecht, um dich ein bisschen zu retten. Äh, das könnte man machen. Solange man hofft, dass die davon nicht misstrauisch werden. Kann einmal nur die Wand... Aber ich denke mal eher nicht. Eine Drone, ich hab'n. Wo ist die Wand von unten? Äh, von oben? Welche Wand? Die, bei der Bar? Hier. Eine Bahne, also, zur Rotation, wohin, was willst du? Ich bleib' jetzt, ich bleib' jetzt erstmal on-spot mit Mozzie. Okay. Also, einmal das Fenster anschlagen, um den... Boah, hier bist du nicht. ...angst zu machen und den Pferd schon fertig zu locken. Dass wir hier keine Rotation haben, ist schon weak, Digga. Ich hab'n C4 für Dings. Okay, das funktioniert so gar nicht, okay. Äh, lassen wir's mal. Ja. Irgendwo ist hier gerade ein Fenster aufgegangen. Lol, 90 ist aufgegangen, beim Durchschießen ist jemand gestorben. Mal an Lucky, sagen wir mal so. Scheinbar. Irgendwo Steps. War das auf 90? Ja, 90 ist aufgegangen. Zu Volt. Nein, der ist auch tot. Jetzt wird's langsam... Ja, ich muss jetzt hochkommen. Einen hab' ich, einen hab' ich. Das war unten beim Pingen. Yo, Busters! Hast du welche Calls? Nee. Ich hab' wieder eine Drone hacked, okay. Aber auf Balcony ist was. Drone ist weg. Nein, die ist auf jeden Fall free. Ah, hier, auf den Stairs. Das ist ja nur wie gerade, ne? Weiß ich nicht. Das sind wir noch zu viert. Wo sind die denn, ey? Nein. Das war nicht da. Ich weiß ja, ob links was ist. Ah, okay, Ash. Ist übermarsch. Irgendeiner war auch... Die sind zu dritt in Study drin. Ash, hier. Nein, die ist auch tot. Hier wieder. B. Ja. Auf der anderen Seite bei Abarth's Office. Ash. Top. Eins. Der ist. Zweier Pingen. Ey, ist S und Swat B? Und Swat B? Ja, okay. Das ist Jacky, der letzte und Swat B. Au. Oh, Deko. Endlich. Ich küsse dich, Digga. Alter, hab ich erschrocken, Alter, als der Schüler da ist, ey. Oh. 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 Ey, haben wir alles gerade gecarried, Digga. Junge, 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 Junge. Habe ich aber... Also bei dem Typ am Fenster hatte ich ein bisschen Glück und bei den letzten jetzt auch. Aber... Nehmt man, ne? Beschweren will ich mich nicht. Trophy. Oh, da könnte ich wieder sowas wie Rude nehmen. Und dann gehe ich auf die andere Seite. Geist, es läuft doch jetzt. Komm, 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 komm. Uh, uh, uh. Loser Ace. Die Frage ist... Mute, Vamai, Vigil, Jäger... Ich glaube, alles Bock. Vamai spiele ich so selten. Aber ich glaube, wir brauchen eher sowas zur Wende zu halten. Deswegen nehme ich Mute. Uh. Crazy erste Runde. Nugi, bitte hochfahren. Das war wild auf jeden Fall, ja. Yes. Oh. Oh. Unser Heartless hat einen Pink von 130. Remerge, Guys. Let's go. So. Aber geht ja noch. Die anderen haben auch gewollt. Ja. Für den extra, ähm, Skill Boost. Aktiviert die Hammer. Da haben wir schon einen, wenn hier ganz zu ist, dann mache ich hier mal noch einen Jammer. Hier vielleicht noch aufmachen, ne? Dann noch einen Jammer für... Ja. Ich werde wieder mal einen richtig YOLO Silber Spot nehmen, ey. Ja. You must protect your bombs from being defused by our four. Ghostbusters. Ist Doka gebannt worden? Ja, sehr gut. Ah, nee, nee. Richtung Ruins höre ich auf jeden Fall was. Ja, ich höre Steps, aber noch keinen rappeln. Kommt näher. Hm, dass hier keiner rappelt, ist ein bisschen random. Ja, wir haben drei Roamer, ne? Haben wir viel Roamer? Fuck, ey. Fuck, wir haben viel Roamer, ey. Versuch so langsam wieder zurück zu gehen. Nehmen wir. Ich gehe auch gerade zurück zum Spot. Alle, glaube ich. Die müssen alle, ich... Eigentlich alle im Schlafzimmer sein, ey. Ich kann brauche hacken und alles. Wo sie sein? Nice, Noogie! Wo war das? Yes! Das war so ein Termite. Also ich höre was outside Bedroom. Über mir? Oh, das war hier weiter in der Nähe. Oh, das war hier weiter in der Nähe. Oh mein Gott. Sehr schön. Sehr schön. Digga, kommt hier gar nichts. Geholt! Ich hab einen Dinger gesehen, die Runde, Mann. Oh, shit, ey. Ich hab mich die ganze Zeit so random da in der Schlafzimmer in die Ecke reingestellt, Alter. Weil ich hoffe, dass irgendwas reinkommt. Das kommt einfach keiner. Dining? Dining. 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 Oh, jetzt mach ich ja mal was, was ich sonst nie spiele. Ich nehm vom Mai, glaube ich. Mhm. Oh. Ja, oder? Wigil? Wigilbosk? Boah, dann nehm ich ja auf jeden Fall Mute. Oh, das ist ja in der Cut kann nehmen, ne? Yes! Das wär aber schon sehr YOLO. Boden aufschießen. Ey Toni, ich war dieses Jahr im Urlaub, ja. Versuch's einfach mal. Wigilbosk? Und Dankeschön, FifiPro, für acht Monate Support und vielen, vielen Dank für die gifted Subs, ja. Äh, von Blazy und nochmal Targetping. Wie immer. Okay. Hier aufschießen. Wichtig. Wichtig. Ist richtig. Irgendwas renforcen. Dann hier. Rot aufmachen. Ähm. Hier vielleicht auch noch. Hier zu machen. Okay. Dann such mal raus zu bieten. Raus in Beach, yo. Haben wir wieder viele Leute oben, wahrscheinlich, ne? in den kleiderschrank soll ich mir den kleiderschrank gehen mich da hinlegen aber direkt direkt und das fenster legen in art ja hier kommt nichts oder was um zu mir kommen sie zu mir hallo ich höre irgendwie ein rappeln aber ganz weit weg könnte richtung keller sein ist bei dir irgendwas deko ja einer gedroht hier gerade bedroom ist noch komplett clear nichts die frage ist wo war er jetzt unterwegs bewegt mich mal langsam er ist runter gejumpt und tschüss jetzt auch noch nichts wo sind die denn alle nur ge mal bescheid wo die sind die sind in der in der in der in der karte Ey, schon wieder bei... Ah, ich muss dann! Digga, wie lange schimmeln die da, Alter. Ich mach mich wieder. Hallo? Okay, das war der, glaube ich. Hinter mir? Ist das unter mir? Oh mein Bing. Ja, ja. Ja, ich glaube. Ja. Unten bei Astros, der ist. Astros, der ist. Ist der Nugi da. Ist der Nugi, ja. Ich sichere den anderen Shit. 15 Sekunden. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Uuuuh, die wär hier gewesen. Ey, aber was für Muschis mal, Alter. Ohne Spaß. Ist einfach schon... Die Runde ist 2 Minuten alt und die IQ gammelt die ganze Zeit am Main entrance rum, Alter. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Kleiner Snitch. Ich hab bei der ersten Runde 3 Kills gemacht und seitdem nichts mehr. Ja. Dass ich aber fast bei der IQ die nicht mehr getroffen habe. Das wär peinlich gewesen, Digga. Aber hat funktioniert. Ich hab mich auch gewundert, warum du nicht auf Pumpkant wechselt hast. Ja, da wär... Aber... Die Entfernung. Hä? Wenn du rein aimst. Ah, meinst du echt? Hab ich immer... Aber super easy. Also nicht mal fragwürdig. Echt? Auf jeden Fall. Okay, da hab ich immer richtig schlechte Erfahrungen gemacht mit. Gut, ähm... Geat in? Geat in? Wollt ihr rein geat in? Ja. Also wenn niemand... Niemand da ist, dann yeet ich rein. Dann bräuchte ich nur... Ah, Doka geht nicht. Ja. Ja, ich würd rein yeeten. Ich würd rein yeeten. Also wenn... Da... Wie heißt denn der Raum hier? NASA wollt ich schon sagen. Astronaut. Astronomy. Wenn da niemand ist... Dann yeet ich da rein, Digga. NASA. Kinselhose. Daaa... Kann ich... Jaaa! Er hat gerade... Was war denn das? Oh no. Es sah aus wie sentienten Bewegungsmelder. Also am Fenster ist ein Bewegungsmelder, Marvin. Am... Astronomy? Ja. Nein. Echt? Ja. Wie beschissen ist das denn? Na gut, dann... Dann switche ich. Dann hab ich da keinen Bock drauf, Digga. Dann geh ich auf... Flurris. Bin ich Main? Ich bin Main. Das ist roaming. Careful. Ja, wir haben nix zum Grenzen, ne? Vigil. Diggaard Vigil. Der ist auch da. Gut, dass ich nochmal geswitcht habe. Armini. Oh. Armini. Sicherheitshalber ne Claymore. Nichts gut. Ist er gestorben? Jaaa. Ninety sieht clear aus. Scheiße, die haben bei Ninety Strom. Da oben. Okay, vielleicht kann ich da was regeln, Deko. Ist schon drin? Guck mal Richtung... Richtung meiner Wenigkeit. Nicht, dass da jetzt was kommt. Oh, ja. Oh, ja. Jo. Geht weg, geht weg, geht weg. Jo. Kannst? Ich aim erstmal hier weiter ab. Jetzt kommt einer, nein, nein. Warte mal. Okay, ne. Das hat sich sollen gehört. Ich bräuchte gleich nochmal Info Richtung Trophy, ob da gerade irgendwas ist. Ich bleib jetzt hier erstmal. Pira ping. Ich halte hier erstmal im Winkel, dass Deko da safe ist. Sehr schön. Ja. Vigil on spot. Abby. Warte, ich bin noch... Ich bin Lörris, ne? Wartet, wartet. Ist irgendwas am A? Vigil habe ich. Ich such ihn, ich such ihn. Nein, der ist hier! Fuck! Am Piano, am Biliard Scheißtisch. In der Ecke. Ah, dann hole ich mir den doch. Ah, sehr schön. Ah, schade, der hätte ich... Aber es war auch ein bisschen dumm. Ich hätte einfach zur anderen Seite gehen können, hätte ich planten können. Hab ich das gerade aufgemacht? 4-0? Was, wir haben gewonnen? Ja, wir haben 4-0 gewonnen. 4-0. Wir haben hart geschäft. Jaja, Alter. Okay, das war also krass. Hat sich gar nicht so angefühlt, Digga. So, wie viel Alpha-Bags habe ich denn noch? 19. Dann würde ich sagen, mach mal locker mal eben 4 auf. Du hast gar nichts mehr, Deko, ne? Gab 6. Ah, okay. Dann machen wir erstmal erst das auf. Dann können wir beide 5 machen, oder? Okay. Alle bleiben zu. Ja, es fängt an mit Grün. Es geht weiter mit Grün. Komm, alle guten Dinge sind 3. Uuuuuh. Black-Eis-Jäger. Einfach nur für Deko, komm. 3, 2, 1. Nein. Leider nicht. Was? Wobei, wenn Marvin den zieht, ob ich den kaufen habe ich gehört, hallo? Stimmt, da war was. Der sieht gar nicht so scheiße aus. Wild Instinct. Equip to all. Mach ich, mach ich, mach ich. Okay. Weiter. Das war Nummer 4. Und wieder. Wieder Episch. Mhm. 3, 2, 1. Oh, da habe ich den nicht schon. Universal. Ah, dick. Sieht ganz cool aus. Und Nummer 5. Ah, ich will. Ne, dann mache ich jetzt noch einen sechsten auf, Digga. Einen sechsten mache ich auch noch auf. Komm, komm. 3, 2, 1. Aber komm ey, man darf nicht mit grün bänden. Ja. Komm, weiter, weiter geht's. Weiter geht's. 3, 2, 1. Blau. Ah, okay, gut. Müssen wir machen. Sieht richtig schissend aus. Ja, okay, ich mache noch einen. Ohhhh. Leji. traditional herzman digger für goyo nämlich alter ecupt mir den shit geile uniform und damit regie schalten sie bitte rüber zu deko hallo hallo muchachos dann gehen wir mal ran an den lachs hier aber erst mal fängt es mit blau an den müsste ich aber da ja ja der war schon da kommt noch ein blauer hinterher ja er müsste auch schon haben sap hier haben wir auch schon ja sehr schön da kommt wieder ein grüner und episch muchachos wir nutzen den bus 321 knallgas black ice duplikat leider black ice für puls und castle hatte ich schon habe ich glaube ich gekauft aber hast du gekauft ich glaube bin gekauft und da kommt auch ein grüner aber davon nicht beenden und mein letztes alpha pack muchachos sechs stück war das dann auch grün so scheiße alter da muss ich noch ein paar auf machen weil mit grün darf man nicht beenden ja da war was oder kaufe ich noch nein wir sparen bravo pack und episch 3 2 1 black ice ist halt nicht mal duplikat für die punkern von cavera aber bravo pack kann auch kein duplikat sein ja stimmt hast du recht hast du vollkommen recht das stimmt equip to all den rüsten wir aus soo chachos richtige rasur in der runde dann noch eine rasur bei den packs küss den gritt raus was euch gefallen hat daumen nach oben schmettern beschreibung rauschecken checkt bei triebwerk vorbei da gibt es gerade jede triebwerkdose jeder ambush für 20 euro keine aktion küsschen bis nächste reingau und tschau 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 bach und tschau tschau chau